Wer ist da? Ich bin deine Mutter. Ich habe etwas mitgebracht. Oh, Schokoladenei, oh, Schokoladenei, ich bin so frei. Oh, Schokoladenei, gut für meinen Baum. Komm, wir machen auf. Halt, du bist nicht immer, du bist der Ball. Woher weißt du das? Weil Mama hat eine hohe Stimme. Danke sehr. Oh, du Dottel, sowas sagt man nicht. Oh, ich brauche Kreise. Dingelingeling, wir sind die tolle Bäcker. Alles was wir haben, schmeckt schon lecker. Ich brauche Kreise. Wofür? Damit ich die Zielen fest und gefressen bin. Das gebe ich dir nicht. Und wann du mir nichts gibst, dann fress ich dir. Hier. Danke sehr. Wer ist da? Ich bin deine Mutter. Wir haben uns mitgebracht. Oh, Schokoladenei, ich bin so frei. Okay, wir machen auf. Halt. 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 Zeig uns deine Pfote. Das ist der Ball. Woher, woher weißt du das? Weil Mama hat eine weiße Pfote. Danke sehr. Und du Dottel. Du Dottel. Du Dottel. Dottel Dottel. Dottel Dottel. Ich brauche Teig und Mehl. Singelingeling, wir sind die tollen Bäcker. Was für... Macht schmeckt schon lecker. Ich brauche Teig. Ich brauche Teig. Ich brauche Teig und Mehl. Hoe für? Damit ich die Intimely Kaislein ist. Dann gib ich dir nicht. Und wann ich mir nicht gibst. Ich brauche Teig. Hier. Hier. Sch00. Sch00. Drüsch. Sch00. Drüsch. 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 Sch00. Sch00거를. Wer ist da? Oh, meine Mutter, ich habe mich verfliegt. Schokolade, Schokolade, ich bin so frei. Zeig deine Pfote. Das ist die Mutter. Genau, jetzt, jetzt, wir essen. Wie war's? Ich kümmere mich darum. Weißt du, dass man nennt mich Geistern-Vandamme? Muscles from Bustles. Aua. Hey, man. Pow, pow, pow. Ich kümmere mich bei mir, mein Handy, mein Laptop, mein Smartphone, mein Galaxy und mein Name. Ja, jetzt, hau. Aua. Ich bin so frei, ich bin so frei. Das ist mein Gass und mein Name. Ich kümmere mich nicht. Ich kümmere mich. Aua. Wal 53. Ich kümmere mich. Ich kümmere mich nicht. Ich kümmere mich. Ich kümmere mich. Ich gehe aus. Ich dachte, da war ziemlich... Welche Uhr ist es? Drei Uhr. Auf Deutsch. Fünfzehn Uhr. Das ist eine gute Zeit für mein Name. Distanz. Drei Uhr. Drei Uhr. Drei Uhr. Stich, das Mama kommt z' Heim. I Stich, das Mama muss beiehren Sie diese Geidlein sein. I Stich, das Mama muss heim. I Stich, das Mama muss beiehren Sie diese Geidlein sein. Tick-Tack, Mama muss bei Ihrem lieben Geigenlein sein. Der Wolf hat unsere lieben Geisterin aufgefressen. Was werden wir tun? Tick-Tack, Mama kommt ein. Tick-Tack, Mama kommt ein. Was hat der Wolf denn noch? Der Wolf hat meine Geisterin aufgegeten, aber nur geht es los. Ich habe auch eine Idee. Bitte, Frau! Hast du Nadenscherenfaden? Alles hier. Jetzt brauchen wir Steine. Viva Wackensteine! Viva Wackensteine! Viva Wackensteine! Viva Wackensteine! So, und jetzt stell zum Brunnen! Oh, der müsste noch aufnehmen! So, und jetzt zum Brunnen! Ich habe sehr Angst. Oh, ein Brunnen! Viva Wackensteine! Viva Wackensteine! Er Wolf. Bravoo! Frau. Hallo! ich heiße Oggy und ich war der Wolf! Ich heiße Jasmin und ich war der coole Geistlein. Hallo, ich heiße Anna und ich war der Smart von Geistlein. Ich heiße Jasmin und ich war der Heistlein. Ich heiße Jasmin und ich war der Heistlein. Ich heiße Jasmin und ich war der Karate Geistlein. Ich heiße Jasmin und ich war der Karate Geistlein. Ich heiße Jasmin und ich war der Karate Geistlein. Ich heiße Jasmin und ich war der Karate Geistlein. Hallo, ich heiße Eva und ich war die Schöpfe Geisterin. Hallo, ich heiße Mara und ich war die Beskreuferin, die Bäcker und die... ...die Ansage. Hallo, ich heiße Tio und ich war die große Geisterin. Schöpfe Geisterin. Schöpfe Geisterin. Schöpfe Geisterin. Schöpfe Geisterin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017